Lagadashayi ist ein Asana, welches in klassischen Hatha-Yoga-Texten erwähnt wird, auch in Enzyklopädie of Traditional Asanas von Garote. Und Garote sagt dort Lapidar, dieses Asana ist erwähnt in einem Kommentar, aber nicht beschrieben. Lagadashayi heißt die entspannende, schöne oder auch die Rückenlage, die schöne Rückenlage. Und Annika zeigt, wie es geht. Lege dich auf den Rücken, werde also zu Shain oder auch zur Shaina und gib die Beine etwas auseinander, Arme vom Körper weg, Handflächen nach oben, Schultern weg von den Ohren, Nacken lang. Atme in Palma ruhig und gleichmäßig, lächle dich, lächle dir selbst zu und sei dir bewusst, du bist schön, du bist eine entspannende, schöne und die Schönheit des Göttlichen ist durch dich erfahrbar.